guten morgen liebe kunden heute montag geben wir schon mal unser erster preis update für diese woche weil haben heute tolle ware bekommen schaut ihr das man hier das sind doch erdbeeren richtig leckere 500 gramm schale sowas kostet 2 euro 99 so spargel habe ich leider nichts mehr da aber ich verspreche euch morgen gibt spargel und ich hoffe wir können diesen preis machen für deutsche sparen vielleicht auch krisen sparen kann man jensiger werden das schauen wir uns morgen an so was haben wir die bananen haben junge duro bananen bioqualität für 149 richtig lecker die avocados ein stück ein euro zwei stück mit drei stück zwei euro so dann haben wir hier erdbeeren aus spanien auch was günstiges so 500 gramm schaden für ein euro die schale also kuchen machen so dies haben wir hier da kostet die die also gold kiwi ja die gelten kiwi vier stück drinnen so was kostet 1 euro 49 kann ich nur noch schild schreiben ja unsere äpfel 99 cent kilo ja egal welche äpfel hier haben wir leckere dunkle weinträumen die sind kernlos richtig lecker so eine kleinen dinge aber leute sind zuckersüß 99 centi schale 400 gramm haben die so und selbst gerne komm mal mit hier haben wir heute noch mal rein bekommen da müssen wir aber mal ein bisschen preislich was machen machen wir 1 euro 29 die ein kilo schale 1 euro 29 die konferenz das ist erde nur einfach abwaschen effekt 99 cent das leger ja schöne große blumenkohl das war im vergleich zu meinem kopf ich habe ja auf dem sehr sehr großen kopf ihr achtet ne ja so dann haben wir hier cherrytomaten bekommen das ist die 500 gramm schale so was kostet 1 euro 29 cent 500 gramm cherrytomaten 1 euro 29 schöne cherrytomaten salat machen so spitzpapita rot ganz tolle warte 500 gramm für 1 euro 29 das waren heute die highlight eins haben wir noch wir haben wir noch da für 1,49 das kilo ja und das kennt ihr noch vom wochenende aber das wollte ich euch mitteilen ich hoffe eure angebote gefallen euch morgen haben wir schon noch ein paar sachen dann melden wir uns noch mal dank fürs zuschauen ich hoffe wir sehen uns jemals ciao